Ich bin stark und schnell und erledige alle Arbeiten. Kommt schon. Adoptiert mich. Bitte. Alle außer mir wurden berücksichtigt. Das ist so unfair. Ich will mein eigenes Mödel haben. So kann jeder meine Stimme benutzen und Mutz fürs Karim erstellen. Juhu, das ist super. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt ne kleine Wanze. Seht euch nur die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Geh aus mein Herz und suche Freude in dieser lieben Sommerzeit. Am einst ein Reckdragner, der Rote genannt, nach Weißlaufgeräten von Rorikstattstamm. Groß reden schwanker, die Klinke gezuckt, er prähte von Kampfen und Beuteglück. Doch still war der Rote, kein Wort mehr, er sagt als Schildmalt Mathilda beherzt vor Intra. Ihr präht und ihr lügt und trinkt all unseren mit. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wusste. Und mit lautem Klären folgte schnell Hieb auf Hieb, bis schließlich er mattet anliegen blieb. Ragnars Schädel rollt auf dem Boden umher, seiner Taten erbrüstet sich nimmer mehr. Bis zum nächsten Mal.